So und damit willkommen zurück zu Creek Memories of Azur und ich glaube, ich weiß jetzt endlich, wo ich nicht weiter kam, wie wir da lang kommen. Und zwar war das dieses Rätsel. Ich glaube, ich war schon viermal oder so mittlerweile hier. Hab aber übersehen. Dass da noch ein Durchgang war. Dann machen wir uns mal auf den Weg. War das jetzt diese Stelle? Ich glaube. So. Aufhören. Er wieder. Und hier ist eine Höhle. Verdammt. Einnehmen. Das waren jetzt etliche Folgen sinnlosen Gesuches. Können wir mitnehmen. Hast du noch Platz? Jawohl. Du bist voll, du bist nicht ganz voll. Kannst du jetzt loslassen. Mädel, loslassen. Zu. Zu. heard. Sie sind. Unta. Kannst du noch lesen. Du bist du noch bereit. Pass ich auf dich. Naida. Beruf ist das beste. Du bist du dich. Nein gegen exact. Wasser permite, mir nicht zu. Dimmst du das. Oh. Nein. Nein. Das war mies. Okay. Okay, okay, okay. Wir sind bereit. Moment. Pfeile noch mitnehmen. So. Aufmachen. Sie. Rüber. Er. Rüber. Loslassen. Wir hatten noch einen Schleifstein gehabt. Die Lebenspunkte sind toll bei mir. Bei ihr auch. Gut. Schleifstein einsetzen. Und jetzt machen wir ihn fertig. Schleif. Oh. Es geht 복z. Leute. Gerne. Auf Motor. Die emotional Villmakers. Ich glaube, wir lernen zum Baustaher-Tisch. Herrer. Der versteht soPoint hier. watts deinenduber. Herrsch. Ach. Der versteht so vor MRF. vs. Der versteht soh, dass er drin war, Oh, Gott! Okay, besiegt! Gott sei Dank! Ach Gott! So, jetzt gehen die Dinger wieder. Hier geht's nicht durch. Wie sieht's mit ihrer Energie aus? Nicht so gut. Essen wir mal was. So. Aufmachen. Ach Quatsch. Aufmachen. Sie ist dran. Festhalten. Er ist dran. Auslassen. Zusammen. Hier geht's raus. Wir treten weiter. Ich hab kein Gefäß mehr. Hast du noch ein Gefäß? Passiert nichts. Okay. Okay. Wurzeln raus... ziehen. Okay, hier hatten wir die andere Seite gesehen. Gut. Wurzeln. Er soll das Ding nehmen. So. Nein, komm! Bronzwappen. Bronzwappen. Das könnte die Tür öffnen. Sehr gut. Mädel, du bist voll. Wir nehmen trotzdem den Diamanten mit. So. Öffnen. So. Öffnen. Komm mit, Brüderchen. Komm mit, Brüderchen. So. Jetzt zusammen. Moment, können wir was kochen? Was hat sie noch? Was hat er noch gehabt? Nichts mehr. Ähm. Erstmal hier wieder speichern. So. Weide. Hier runter. Da hoch. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Was mache ich gerade für eine Scheiße? Oh Gott. Was mache ich gerade für eine Scheiße? War hier gerade ein Speicherpunkt. Ich glaube. Okay. Gut. So. Mädel. Du kommst ja hier easy hoch. Äh. Wie war das hier? War es egal. So. Er muss dringend was essen. Zeug schlafen. Hier kommt etwas. Du kommst jetzt auch schön mit. Ach. Also. Was ist das? Was ist das? Du kommst jetzt auch schön mit. Lass auf. Ich war zu. Ich werde schlafen. Ja. So. Und jetzt wieder gemeinsam. Das ist jetzt der beschissene Torschlüssel, den wir brauchten. Den wir brauchten. Mitkommen. Gott sei Dank. Äh, du kommst mit. Ausgang. Hossa. Das ist immer wieder bei den Wasserfällen. Mitkommen. Oh. Hi. Seid gegrüßt. Wer bist du? Farben. Was machst du? Die Festung zu errichten. Eine Festung. Woher kommst du? Äh, brauchst du Hilfe? Im Moment nicht. Ich will da auftauchen. Danke. Okay, ich muss gehen. Okay, das nutzt schon mal nichts. Ich versuch's mal. Feuerball. Okay, nein. 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 Oh, 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 oh! So, Brüderchen kommen hoch. Exzellent. Oh, böse Stacheldinger. So, dann kommst du mal nach. Moment, sie kommt doch da mit Sicherheit ran. So, und wieder zusammen. Nee, lieber alleine. Weg mit dir. Weg mit dir. Jede Menge Pfeile. Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Pfeilen immer soll. Ich weiß nicht. So. Ah. Alles klar, ich muss schnell sein. Ich weiß nicht. 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 Vielen Dank.